Willkommen beim Studio Portrait Workshop. In diesem Workshop zeige ich Ihnen, wie man Portraits richtig fotografiert, wie man mit verschiedenen Blitzanlagen umgeht, wie auch welche Aufsetzer Sie brauchen. Brauchen Sie einen Durchlichtschirm oder eine Softbox, indirektes Licht? Ich werde Ihnen auch zeigen, wie man richtig ein Haarlicht setzt. Den Hintergrund werden wir verschieden einstellen. Einmal auf Weiss, einmal auf Schwarz. Sie lernen, wie man den Blitz richtig einstellt, wie man Aufheller richtig platziert, wie man die Blitze platziert und Einstellungen wie die Blitzsynchronisation, aber auch Ihre Kamera, dass Sie auch alles richtig einstellen. Das alles ist auf einem professionellen Niveau. Ich denke, ich habe hiermit Ihr Interesse geweckt und freue mich sehr, wenn Sie vorbeischauen. Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich!